So, an diesem wunderschönen Tag hier mit Licht und Regen, ein bisschen Sonnenschein treffen wir uns hier. Ich bin nominiert worden vom Mishu, herzlichen Dank für dieses Mal. Natürlich lässt man sich nicht lumpen, ich schmier das, ich schmier es wohl anders nass, ich bin hier und so. Man verbindet das schliesslich nützlich und dafür geht auch noch das Auto waschen. Er hat Glück gehabt, nominiert wie niemand, aber wer sich angesprochen fühlt, darf gerne mitmachen, dann mehr. Okay, dann, let's go! Baster Marsch! Baster Marsch! Wer hätte das jetzt? So! Doppel! Das war so frisch jetzt! Vielen Dank.